Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes Fehlfunktion des O2-Sensorheizungskreises Bank 2 Sensor 1 Was bedeutet das? Dieser Diagnosefehlercode DTC ist ein generischer Antriebsstrangcode, der für Fahrzeuge mit OBDI-Ausstattung gilt. Obwohl generisch, können die spezifischen Reparaturschritte je nach Markemodell variieren. Dieser Code bezieht sich auf den vorderen Sauerstoffsensor an Bank 2. Der beheizte Kreislauf im Sauerstoffsensor verringert die Zeit, die zum Eintritt in den geschlossenen Kreislauf benötigt wird. Wenn die O2-Heizung die Betriebstemperatur erreicht, schaltet der Sauerstoffsensor entsprechend dem Sauerstoffgehalt des ihn umgebenden Abgases um. Das ECM verfolgt, wie lange es dauert, bis der Sauerstoffsensor mit dem Schalten beginnt. Wenn das ECM, basierend auf der Kühlmitteltemperatur, feststellt, dass zu viel Zeit vergangen ist, bevor der Sauerstoffsensor ordnungsgemäß funktioniert, wird P0155 eingestellt. Siehe auch P0135 Bank 1. Mögliche Symptome. Sie werden wahrscheinlich einen schlechten Kraftstoffverbrauch bei der Beleuchtung der Miel bemerken. Ursachen. Ein Code P0155 kann bedeuten, dass eines oder mehrere der folgenden Ereignisse aufgetreten sind. Der Widerstand der O2-Heizelemente ist hochinterner Kurzschluss oder Unterbrechung im Heizelement. Verkabelung des O2-Heizkreises mit hohem Widerstand Unterbrechung oder Masseschluss im Kabelbaum Mögliche Lösungen. Kurzschluss oder Unterbrechung oder hohen Widerstand im Kabelbaum oder in den Kabelbaumsteckern reparieren Sauerstoffsensor ersetzen Unterbrechung oder Kurzschluss im Inneren des Sensors können nicht repariert werden. Unterbrechung des O2-Heizkreises mit hohem Widerstand unterbrechung oder 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 hohem Widerstand unterbrech